Vor Weihnachtszeit ist die Zeit für die Kinder. Auch im Schlossparkcenter Schwerin. Am Wochenende tanzten für die kleinen Center-Besucher die Puppen im Obergeschoss. Zwei Programme wurden abwechselnd gezeigt, die Geschichte von Findus und ein Feuerwerk für den Fuchs. Leuchtende Augen bekommen die großen Schlossparkcenter-Besucher beim himmlischen Einparkservice. Auch in diesem Jahr verwandeln die Engel ihren Einkauf in einzigartige Präsente. Zu finden freitags und samstags im Erdgeschoss gegenüber von Intersport. Übrigens, am 15. Dezember können sie sich Zeit beim Geschenke kaufen lassen. Das Schlossparkcenter Schwerin lädt zum Late-Night-Shopping bis 22 Uhr.